Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Laura Merlung, ich bin 36 Jahre alt und wohne in Berlin, nach Köln. Ich lade Sie herzlichst ein, die Bewegungsabläufe unter der Beeinflussung von unterschiedlichsten Arten, der Klang und Wienerzeugung zu verholen und zu haben. Ich lade Sie, Sie sehen, im Klamm des 100-Karls-Festibums. Vielen Dank. Vielen Dank.